Wer von euch ist? Das ist unser Papp von Let's Play Pokoschwarz. Ja. Endlich auf der Siegestraße. Wir haben auch nein. Da machen wir surfen. Ach, das hat auch noch Stärke. Ich versuche erstmal ohne Surfer durchzukommen. Oh, hier war Surfers nur ein Item. Oh, ich hab doch extra Schutz an. Dann sag mir wenigstens was es ist. Ja, warte. Erstmal ist es jetzt ein Barshift hier. Level 54, Alter. Wie stark sind die denn mittlerweile? Ah. Nein! Ich hab doch extra grad mein ganzes Geld nicht rausgegeben. Ich drehe nur am Level auf 45, Alter. Okay, dann muss ich mich in diesem Part konzentrieren und nicht einfach nur irgendwelche Attacken einsetzen. Oh nein, keine Notsituation. Nein. Oh, ich hab auch nur 1 KP. Ah, Wollhand tötet dich. Wagemut, was ist das denn? Wankelmut oder Wagemut? Wagemut. Oh, was? Au! Alles klar, hat sich selber umgebracht und mein... ...Pokémon auch. Ein Beleber. Haha, kann ich gleich einsetzen. Und dann wieder zubeleben. Ja, ich hol die Item nach. Ich werd mir jetzt keinen reinnehmen in mein Team extra. Deswegen, das ist... Wirst du aber, glaub ich, sogar müssen. Boah, das weiß ich nicht. Ich werd's ja sehen. Ich werd's ja sehen. Ich werd's ja sehen. Ich werd's ja sehen, wenn ich... ...auf'n... Ach, jetzt kann ich gleich wieder rauslaufen. Ach, Mann. Das ist so belastend hier. Ja. Ach, ist ja schön, wie Zebritz einfach nichts machen kann. Als Hitzekollon. Ja, aber das macht mir auch kaum Schaden. Ach. Ich hasse es, wenn Pokémon nur eine Schwäche haben. Ja. Und wenn man die Attacke nicht hat. Oder den Typ halt. Oh, ein Elfhuhn. Ne, ich geh mich jetzt heilen. Ich mach das nicht mit. Das könnte sehr weh tun. Aua, das hat sehr weh getan. Nee, ich belebe mich die doll. Ampelleuchte. Nee, du kannst doch nicht meine Attacken einfach haben. Kann ich aber. Ob das keine Tränke mehr hat. Niesel. Noch mehr Nachrichten? Okay, erstmal wegwischen. Okay, brauche ich jetzt nicht antworten. Irgendwie riecht's ja richtig nach Deo und ich weiß nicht warum. Oh, belasten. Den hat ich den Stärke beigebracht. Oh, wer ist denn da oben? Diesen Abwand kann man da runterrutschen. Schau mal zu. Jetzt bist du dran. Oh, ich mach das aber nicht. Was? Warum? Scheiße, das Elfhuhn nimmt mich auseinander. Oh, belastend. Oh nein, dann kann man schon wieder... Nein, nicht mein Hering. Da ist schon wieder ein alter, wo ich nicht drankomme. Belastend. Ja, Leute, ich werd das aufs Kühn oder nochmal irgendwie ablaufen müssen. So mach ich das aber nicht. Ist hier oben? Wow. Danke für nichts. Elfhuhn ist echt böse. Ja, wenn man ein Team hat wie du dann schon. Aber du könntest dein Icy rausholen und dann... Hab ich gerade. Och, dann ist halt hier kein Item möglich. Brauch ich auch noch bessere Attacken für. Guck einmal hier, ob hier ein unsichtbares Item ist. Ah, ist das belastend. So... Tränkis benutzen. Elord. Ey, da hat ein Serapentra, ich raus raus. Serapentra gegen Serapentra. Wow, ich hab einfach nichts. Was könnte ich denn gegen den machen? Ja. Also ziemlich nichts eigentlich. Ja, ja, ich weiß. Sag mir mal schon, was es ist. Wartungsstoß. Ein Sonderbonbon. Ja, das wohne ich noch nach. Das ist sinnvoll. Kann ich mir gar nicht vorstellen, für wen und warum. Doch, kannst du... Ja, ein Volltreffer mit Vollender. Äh, Vielender. Ja, gute Vollender. Ein unsichtbarer Hyperwall. Ich hab geguckt und hab nichts gefunden. Und kannst du nass schweif? Ach, tötet du nicht meine ganze... Mann! Oh ne, Serapentra. Ja, ich saß. Flashbacks. Oh, jetzt ruft er den auch noch zurück. Och, Mann. Dann... Das hätte ich auch vorher wissen können. Scheiße. Mal sehen. Dass der Erdbeben hat. Ja, warum? Ich hab das nicht. Ja, trotzdem. Ich weiß, dass der das hat. Ich konnte es bis jetzt noch gar nicht lernen. Ja, aber man spielt auf dem Erdbeben deswegen. So ein paar Competitive Attacken weiß ich für ein paar Pokémon. Unter anderem Erdbeben bei Serapentra, beziehungsweise Erdbeben bei so ziemlich jedem Pokémon, was das lernen kann. Muss gleich wieder raus, ich bin so gut wie tot. Ich kann doch nicht ganz Beleber hier verbrauchen. Und ich kann auch nicht fliehen. Also, äh, fliegen weg. Ah, dieses Team, ey. Oh, wirklich ganz dringend. Ganz dringend, mein Warmot. Och, doch jetzt mal auf damit. Dann hast du immer eine neue VRM, die du benutzen kannst. Als ob die ganze Zeit das selber... Oh Gott. Er tötet mich hier. Mein eigenes Pokémon. Jetzt lass es doch mal. Oh. Ich muss mich jetzt heilen gehen, tut mir leid. Komm schon, bitte reich jetzt. Scheiße, ganz knapp nicht. Gegen wen denn? Nein. Bisburg. Es ist mein halbes Team auch. Ja gut, ja dann lass uns beide heilen. Ich muss Empolion. Oder besser gesagt... Eikla! Oh Gott. Und damit sind wir wieder da. Flashbacks. Ja, ich weiß. Keine Ahnung, wie ich das mache, das... Ich werd's euch dann wieder einblenden, wenn man wieder da ist. Ich hab grad gedacht, das hast du einfach aus Spaß gesagt und dann geht's jetzt wirklich weiter. Weil Eikla ist... Weil Eikla ist... Ist ein toller... Ein... Auftritt... Ja, Auftritt... Cameo-Auftritt in diesem Display. Obwohl er hier eigentlich nichts zu suchen hat. Hör auf mit deinem anderen Mikro rumzufüllen. Es bewegt da nichts dran. Doch, ich hab's gehört. Ich hab keinen... Ich hab keinen Finger dran gehabt. Das war der Reißverschluss von meiner Jacke. Kann auch sein, lass es aber. Ich merke es doch nicht. Ja, ich hab's dir jetzt gesagt. Aber so nett wie sonst immer. Ja, ich weiß. Immer nett. Ah, ich weiß, für wen das Bonny Bonny ist. Entweder ist es für... Das, was ich jetzt grad nicht im Team hab, oder ist es für... Mein Mini... Mino Nacho. Jetzt geh doch da hoch, Junge. Bin ich jetzt mal rausgegangen, oder bin ich hochgegangen? Und jetzt draußen kannst du nur runtergehen, okay. Die Frage ist, ist da was, wo man runtergehen kann? Ja, kann man auch runter, aber das ist... Gibt doch gar keinen Sinn, da runterzufahren, da rechts, oder? Wenn du das jetzt ausprobierst. Und wieder hier... Oh Gott, da geht ganz viel ab. Was hier? Okay, hier gucke ich mal. Vielleicht verbindet sich das ja... Was, in einem Part schafft man das auch nicht, oder? Nee. Ich weiß es nicht mehr, wie die bei Schwarz war. Ich hab die ewig nicht gespielt. Alter, Meistergriff. Oh, nee. Und die Erokex. Aha, vergiftet. Wie ich das wohl mit diesen Betonsäulen zusammen in die Luft ziehen kann? Das ist ja... Safe, oder? Gehört das überhaupt zu seinem Gewicht? Weiß ich nicht. Als ob der die dann einfach loslässt. Ja, Fragen über Fragen. Der überhaupt eine gute Verteidigung? Ich weiß gar nicht, was der für Werte hat. Okay, der hat eine bessere Verteidigung. Ich weiß es auch nicht. Warum kannst du Feuerschlag? Donnerschlag? Natürlich hast du Donnerschlag. Warum kannst du Feuerschlag? Ach, töte doch mit Wohli. Alter, schon wieder ein Pokémon tot. Ja, bei mir auch. Aber von wem? Wer ist schnell quasi schnell. Von wem ist der bei dir gestorben? Ja, dem, dem Donnerschlag wohl am meisten weh tut. Nein, ich mein... Wer hat's eingesetzt? Achso, bei mir hat er Feuerschlag eingesetzt. Warum haben die nun Lin Fu? Welcher Stufe entwickelt sich Lin Fu? Aber Rishu hat mich immer genervt mit seinem komischen... Sprungkick. Mit seinem komischen. Ah, da kann ich den Belieber gleich einsetzen. Jetzt vielleicht ein dummer Zeitpunkt, aber halt mal bitte auf Ebay die Augen offen nach Pokémon X und Y. Okay. Hab da andere Kontakte, wo das noch gut geht. Und sag mir dann das günstigste, was du findest mal. Bestimmt zwischen 5 und 10 Euro. Alter, dann hol mir das. Am besten halt mit Packung, aber meinetwegen geht's auch ohne. Okay, muss man noch gucken. Ich hab ja da meine Connections. Das will ich nämlich echt gerne spielen, da hab ich mir mal richtig Lust drauf. Das könnte ich perfekt im Zug spielen. Ich hab mein Zug-Anime jetzt zu Ende. Und ich will jetzt auch keinen neuen anfangen, weil ich einen anderen gucken will, unbedingt. Weil ich kann nicht zwei gleichzeitig gucken. Du kennst den altbekannten Zug-Anime. Ja, ich hab jetzt gilt die Crown geguckt. Damit bin ich jetzt fast fertig. Das guck ich dann gleich zu Ende. Nach der Aufnahme-Session. Das gilt die nicht. Äh. Sowas wie... Ähm. Du bist... Du bist... Ah, das fällt mir Gott nicht ein. Gott, so im Gericht. Du bist... wirklich genau hier ist jemand der uns heilt auch dankeschön glaube sogar die guilty schuldig schuld bewusst krass krasser typ oder ach so krasser typ wasser typ verstanden herz ist mit wasser aber okay ich habe gebracht hat ja wenn du gewinnst denn hast du was gegend ich hasse dich mal meine waffe gegen was ich wohl ist tot ich komme verhältnismäßig gut durch wo ein megalon dieses pokémon ist so unbekannt eigentlich und hast du ja auch nehmen vor die gras aber der allen kürz gut gemacht so viel ab als feuer ist ich bin ja nach matrifogel so aufmerksam spielst du also habe ich jetzt nicht so als wichtig empfunden ist es aber merkst du noch gigasauger bitte reich nicht 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 reich nicht okay reich nicht mal annähern warum ist dein zu stark im gegensatz zu dem ich habe es mit liebe erzogen aufgezogen ja schlagt es mal ein bisschen hallo das wäre mit frustration richtig gut ja dann spiel das halt mit frustration wenn es das lernen würde vielleicht ich habe dir vor du kannst auch so bei pokémon army oder pokémon pokepause wie auch immer das bei den spielen immer heißt dann weißt du wie das heißt nicht dein pokémon army sondern pokémon hasmi ja 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 jetzt eigentlich unkel roger das ist auch so einer viele und die juli Ja, ne, aber da reagieren auch im Moment viele auf Onkel Roger. Ja, dann wahrscheinlich nicht. Antacella! Ein Hypnohumor, aber... Nein, Schlafpuder! Nein! Warum machst du das? Du siehst so nett aus und dann machst du Schlafpuder alle. Das geht doch nicht. Hypnose, oh, danke, dass du es abgewehrt hast. Nee, da wird jetzt hier irgendwie was Böses ein. Kraftreserve? Oh nein, oh nein, was wird das? Was wird das? Bitte helfen Sie mir. Was soll ich machen? Ach, da setzt schon wieder Schlafpuder ein! Und trifft sogar. Ich war kurz davor zu denken, wir schaffen die dessen einen Part. Nein, nein, nein. Ich glaube, bevor der Rivalenkampf kommt. Das kann ich weichen, Rivalenkampf? Ich glaube schon. Ja, Belle eventuell, aber Sharon hat ja gerade erst. Ich weiß es nicht mehr. Alter, jetzt lass mich doch mal in Ruhe mit deiner blöden Kraftreserve. Ich will jetzt rausgehen. Ach, ich hab keinen Bock mehr. Bin wieder eingeschlafen. Ja, ich bin zurückgegangen, da wo wir vorhin waren und diesen Stärkgestein verschoben und dann bin ich zurück zu den anderen eingegangen. Alter. Oh nein, kein Aufwecker mehr. Ein Hyperheiler. Ich weiß nicht, wo du langgebetet gegangen bist. Da ich einen guten Orientierungssinn habe, kann ich es dir nicht sagen. Ach, der trifft schon wieder mit Hy... Mann! Ach, hör auf. Klampivian, das gefällt mir doch. Ich will mich eigentlich verarschen. Alter, jetzt häng ich hier schon so lange, weil das einfach nicht die ganze Zeit einschlafen lässt. Mann! Natürlich hast du nur Beere, die das singt, Junge. Wo bist du, Klampivian? Ja, aber dann bist du nicht da, wo ich bin. Bin ich auch nicht. Ich hab doch gesagt zurückgelaufen. Ja, aber ich bin halt nicht zurückgelaufen, lass mich doch. Ich reinfolge, ist doch egal, wenn wir beide alles machen. Ja, aber das ist dann besser so. Da musst du nicht so im Zickzack laufen. Bitte, Marc, wieviel macht das Ding doch jetzt einfach tot. Alter, warum ist das denn immer schneller? Warum tötet dich? Was ist das für ein Typ? Ich will nicht mehr. Das ist eine Maschine. Oh, ich hätte gleich meinen Woli rausholen sollen ich. Hattest du wohl machen müssen. Ne, jetzt geh ich nochmal zurück zum Doktor. So, wen hast du noch als letztes? Doktor, Doktor, ich brauche deine Hilfe. Ein Klick, Klack. Doktor, hast du überhaupt was gegen gehen? Ja. Ja, stimmt, Boden auch noch. Da hab ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber ich hab mir zufällig auch reingesendet. Ich will eigentlich Kampf einsetzen, aber ich hab ganz vergessen, dass der Boden auch Schwäche hat. Gut gemacht, Quackstie. Was ist das belastend, Alter? Dieses Ding hat mich jetzt so zerstört hier. Probe jetzt hier nach unten. Oh, hier ist die Abkürzung. Wo lassen Sie mich durch, Frau Veteranin? Mich richtig gerutscht? Ich weiß es ja nicht. Glaub nicht. So, wo sind wir jetzt hier? Bei der Bettdiener. Ich glaube, ich bin falsch gerutscht. Ich bin falsch gerutscht. Oh. Falsch gerutscht. Ja. Belastend. Genau so wie das. Ach, hört doch auf, wenn man mein armes kleines... So wird sie nicht größer und rammert, wenn ihr den immer tötet. Ein Brokkos. Warum ganze Akrobatik? Ach, Mann. Brokkos kann auch safe Erdbeben. Und wahrscheinlich Robustheit. Also, Truppifruti, machst du das lieber. Merköl, Cheetah. Explosionen. Ja, okay, das geht auch. Was? Als ob der sich einfach in die Luft gesprankt hat. Ja, mein Cavalor ist mit dazu. Feuersäulen, Alter. Warum kann der Feuersäulen? Das ist ein Grille-Cheetah. Das ist kein Feuerstarter. Man stirbt doch jetzt einfach. Und verrecke. Ah. Eber hat mir die Siegestraften aus Spaß gemacht. Ich mag Zaplarang nicht, weil er keine Schwächen hat. Ja, dafür willst du nur den Teams nehmen. Ja. Oh, Schwertanz. Oh, juhu. Vielen Dank fürs Ausbilden. Vielen Dank, mir lieb von mir. Ja, Schwertanz kann man mal reinnehmen. Nein. Das ist es geht. Äh, jetzt hab ich den da. Gut, jetzt fast tot. Ja, wenn du jetzt stirbst, dann ist das so. Ja, kann ja sogar Wassersäulen. Ich hab bestimmt alle Säulenattacken gehabt. Und der eine konnte es nicht zeigen, weil er halt so schnell gestorben war. Hör auf mich so an zu winken. Oh, ich bin oben, theoretisch. Musst du noch weitermachen? Das ist ja oben. Das schafft man noch. Nein. Ich würde den Partner nicht ohne die unnötig ziehen. Ich sehe schon, wenn er so lang ist. Wenn jetzt Töter der Vieh, ich will auch jetzt mal vorankommen. Ja, wenigstens vergiftet. Was ist denn dieser Mini-Brocken, der hier vor einer Tür liegt? Das ist später für einen. Läden wir das Pokémon, aber da kommt man wahrscheinlich nicht hin, weil das Spiel das nicht will. Sehen die aus wie Stärkefelsen? Aus der vierten sehen. Ja, wollte ich gerade sagen, die alte Stärkefelsen. Ja, das ist das. Oh, die ist alte. Brauenhypertrank. Wow. Herr, bitte helfen Sie mir. Ja, ich komme jetzt auch zurück. Du bist den richtigen Weg gegangen. Ja, ich weiß. Und wir sind noch was. Ich komme denn dahin. Ja, das ist so weit unten. Da liegen auch viele Alte. Da müssen Sie mich verstehen, wie man da hinkommen soll. Herr Rütt. Herr Doktor, Herr Doktor. Helfen Sie mir. Bist du hier rausgegangen? Oh, da ist das mega lang. Gehe los. Oh, das ist auch ein Alte. Superball. Oh nein, ich bin wieder am Scout. Na, super. Wir gehen auch bei den Schütze aus. Oh, ich habe die abkürzend gemacht. Das geht dann natürlich. Hä, ist der Weg. Das ist ja nicht mehr verwirrt, Junge. Das ist nur eine Runde verwirrt war. Ja, sei mal froh. Frei dich mal deines Lebens. Nö, nö. Wenn man hier runter geht. Und hier rein. Trisella, Junge. Ja, da unten passiert nicht mehr. Ach, da muss man von ganz oben runter. Uff. Okay, da wird okay. Herr Trisella ist so nervig gewesen, Alter. Da ist auch noch wer. Fuuuuck. Nein. Sollen wir es bei Wismacht auch, oder? Ach. Hast du was gegen Fug? Ich habe was gegen Trisella. Ich habe nichts dagegen, deswegen habe ich was dagegen. Du verstehst, was ich meine. Ja, ich verstehe. Aber mich hat es auch eben genervt, Alter. Ich wurde immer eingeschläfert. Immer. Mich schläfert es nicht ein, aber es one-hitted aber fast alles. Das ist so eher mein Problem. Ja, ich merke das hier auch gerade nicht. Zum Glück gibt es keinen Pflanzen in Top 4. Gab es das jemals überhaupt? Weiß ich nicht. Ich glaube halt, Herr Baro ist der vierten, aber der war Käfer. Ach, warte mal, was ist dein blöden Kram hier. Alter, ich hasse dich. Alter, das tut so weh. Hör auf, dich zu heilen mit Überresten. Das nerv' ich hier. Alter, ich hasse... Mann! Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ja, das heilt sich du dermaßen gegen mit dem Gigasauger die ganze Zeit. Ich glaube, ich weiß auch warum. Und ich kriege es halt schon so kaum Schaden drauf. Ja, Gigasauger, das reicht. Nee, das schaffe ich nicht. Ich glaube, die lasse ich aus. Die lässt du aus? Ja, das Dressella nimmt mich komplett auseinander. Soll ich denn hier bei dem Flampivian sagen? Ja, das war easy. Du musst nicht deine Meinung dazu sagen. Es ist logisch, dass du da easy bist durch. Okay, Truppi Frotti, du bist die letzte Hoffnung. The Last Boop. Oh, okay, dich hab ich doch jetzt auch nichts mehr. Spukball? Krass. Doch, hab ich sogar. Ach, das ist ja sogar nur Klick-Klack und nicht Klick-Dick-Klack. Oh, Spezialverteidigung sinkt. Von dir oder vom Gegner? Vom Gegner. Spukball. Spukball? Nein, Naturkraft. Oh. Diese Attacke, ey. Wie viele Tränen hast du gemacht da noch, dass das Winde kommt? Kann ich dir nicht sagen. Wow. Oh, hast du wirklich geschreckt? Kraftreserve, warum? Was hast du für eine Kraftreserve? Bitte nicht Eis. Hör auf, ich will doch jetzt einfach, dass du stirbst und ich gewonnen hab. Das ist so am Sterben. Es weint innerlich. Ich überlege gerade, was du denn noch für ein Pokémon haben könnte, ob Trippi Frutti das vielleicht alleine noch schafft. Ach, da war das still. Ja, das schaffst du. Herr Doktor, Herr Doktor. Heil Sie mich. Der helfen Sie mir. Nein, er auch. Ach man, dieser Typ. Don't lose this. Ach Gott, jetzt bitte. Da muss doch gleich das Ende sein. So, links oder rechts? Links? Oh, das ist okay. Hyperheiler. Bitte hab jetzt irgendein Wasser-Pokémon oder so, bitte. Irgendwas, wogegen ich was machen kann. Furnifraß, okay. Feuer ist auch okay. Demo, bin jetzt. Furnifraß. Flori, ich bin ganz stolz auf Trippi Frutti. Er hat's geschafft. Krass. Aber er ist der einzig Überlebende. Er musste zusehen, wie alle seinen Kameraden sterben. Hilfe. Wo ist der Arzt? Wo ist der Arzt? Hallo, ich brauche herzliche Unterstützung. Warum denn? Mein Blockulus. Ich bin nicht Blockulus. Blockulus. Ah. Wenn, ich bin nicht. A, B, C, D, E, F, G. Was soll das denn jetzt? Der setzt Explosion ein? Oh, nee. Hoppla. Was ist los? Trainerin. Wo bist du? Die Bettina. Ach, da war ich. Die Bettina. Ich kämpfe gerade auch gegen jemanden. Warte. Ich kämpfe gerade auch gegen jemanden. Sehr schön, oder? Alter. Das ist aber so eine gute Aussage. Bei Pokémon. Ich kämpfe gerade auch gegen jemanden. Ja, jetzt lass. Aber nur einer, der einfach irgendwie mitreden will. Ich mach das gerade auch. Ja, komm, lass doch da das Ende jetzt sein. Das ist wirklich hier, oder? Ja, es ist das Ende. Aber es ist auch noch geschafft, den Part. Ne, ich nicht. Ich bin jetzt auch noch nicht am Ende, aber... Da hat Angst, dass jetzt was kommt. Da kommt safe irgendwer, wenn du da lang gehst. Ja, ich könnte ja auch runterrutschen. Ah, weil ich will jetzt hier nicht runterrutschen. Ich rutsche runter. Achso, das ist eh nur das. Okay. Ja, ich sag schon mal jetzt, weil Jan auch gleich kommt. Ich komm nicht mehr, vergiss es. Ich bin zu weit weg. Ich hoffe natürlich, ich hatte dieser Part gefallen. Und er ist ein Item, der halt immer noch nicht mehr drankommt. Komm mal da dran. Und hier? Nee. Aber es war mal wieder ein längerer Part im Gegensatz zu dem letzten. Ich hoffe natürlich trotzdem, euch hat der Part... Nein, Gott, ich glaube, es sind in die Union. Ich war sie... So ungefähr. Oh, hier ist auch noch ein Item. Drachen-Clau. Ähm, ja. Trotzdem, das eine fehlt noch. Kommt da drüben. Ah, da muss man ganz nichts leiden. Oh. Ah, ist das Belasten hier. Aber, wie gesagt... Ja. Ich hatte Part sowieso nicht. Aber vielleicht irgendwann mal... Irgendwann mal... Eines Tages. Aber was habe ich das Item auch gemacht? Sehr gut. Rauchstoß! Wow. Ich weiß nicht, wo ich bin hier. Hallo, hier bin ich. Wo bist du? Wo bist du? Ich weiß es nicht. Ich habe doch keine Orientierung... Oh, ich bin komplett... Oh! Das ist nicht jetzt passen. Alter, wo ist es hin? Oh! Oh! Oh, ich heil mich nur kurz bei der Pokémon-Liga und dann... Ich sah... Ich sah... Ich sah gerade ein richtig fetter, ekelhafter Käfer auf meiner Hand, einfach so. Wo kam der her? So ein richtig fettes Vieh. Richtiger Ausstieg. Ja, da werde ich beenden. Ah, mein Puls. Ich bleibe mal hier stehen vor der... Ich glaube hier. Jan wird dann auch im nächsten Part hier erscheinen. Ich glaube, du hast auch alle Trainer gesiegt. Ja, ich muss nur items, glaube ich, noch sammeln. Ich glaube, ich muss jetzt hier alleine stehen. Ich glaube, ich schalte den nächsten Part wieder ein. Also, ich weiß gar nicht, wie mein Spruch noch ging. Ich weiß nicht mehr, wie ging der Spruch? Ich auch nicht, das ist dein Spruch. Naja, trotzdem. Ich habe nur gedacht, dass er gut war. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!